Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft. Diesmal geht es um einen Rare im Forstfeuergart, und zwar um die Brutmutter Regalp. Und die befindet sich hier in dieser Höhle. Das Tor der Brecher. Den Regax Nest. Und wie ihr sehen könnt, mit Level 100 ganz einfach. So, und ich hoffe ich konnte euch wieder helfen mit diesem Video. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschauen würdet. Bis dahin, viel Spaß noch und viel Erfolg. Servus, pfitti und tschüss, euer Tiger. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 1 1 3 5 7 6 8